Hallo, werte Menschen. Jetzt sind es auf einmal werte Menschen. Normalerweise begrüßt sie mit Nutten. Namaste. Und ich hör auf mit deinem scheiß Tee. Okay. Er begrüßt die Leute auf Indisch. Nein, man, hol wieder Tee. Ich hab keinen Tee mehr. Mein Tee ist Hindu. Ich glaub, du kannst eben kurz gehen. Wir müssen noch irgendwie auf den Host warten, der irgendwie ich bin, aber es dauert halt noch ein wenig. Ja, du bist ja auch langsam. Hör einfach aus, so ein Faggot zu sein. Ja, jetzt ehrlich. Das ist alles kein Problem. Der Baum, okay. Nur weniger Faggot wär's, weißt du? Die amount of faggot used for strong. Dann hätten wir jetzt keine Probleme mehr. Dann wär die Welt bereinigt. Von was? Von dem Unrat der Menschen. Ja. Vom Unheil. Ja. Ja, wir müssen die Zeit noch irgendwie füllen. Das ist euch schon bewusst. Hm. Naja. Ja. Ja, wenn du einfach nur aufhören würdest, so ein unendlicher Faggot zu sein, dann würden wir die Zeit nicht füllen müssen. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Und es geht los. Deine Faggothaftigkeit überträgt dich auf das Spiel. Mhm. Das ist unglaublich. Das ist das Problem. So. Was ist dies für ein Gerät? Oder... Ich hoffe mal, es ist ein Gerät. Wenn es eine Person ist, dann kannst du keine Menschen zeichnen. Hä? Ähm. Ach komm, was? Das ist doch so einfach. Ja, aber der Olli, warum, Olli, warum... Das sieht aus wie ein angeschnittenes Stück Scheiße, oder? Äh... Schokolade. Schokolade. Wirklich, Nico? Wirklich? Wie meint ihr... Hallo, das ist doch offensichtlich, oder? Hättest du es mal ausgemalt, vielleicht? Dann hätte es... Dann wäre es ein brauner Riegel. Joa... Ähm... Brauner Riegel gefüllt mit Faggernhaftigkeit. Mit Hass. Hass. Ja, mit purem Hass. Hass. Äh... Clockwork. Äh... Äh... Ja. Ich darf ja keine Buchstaben machen. Wä? Was? Ja, Olli und ich, wir... wir sind einfach, ähm... Kompartis... North Pole! Was? Ja, das ist der Noun, Mann! Das ist ein Kompass! Wie könnt ihr was? Das ist ein Kompass! Der zeigt auch einen Nounen! Bei dem Kompass kannst du auch ruhig N und S schreiben! Ach, das darf ich? Du darfst keine Wörter schreiben! Ah! Ja, beim Pole hättest du... Da kommen wir nicht drauf! Ich hätt... Ich war kurz davor. Ähm, hä? Kommt da nicht drauf. Take-off? Hättest du... War das... War das jetzt das... War das jetzt das Random-Wort, oder was? Ja, ich... Ich wollte eins auswählen, kann ich dazu... Ja, gut. Ich wollte ne Stripperin mahlen, Olli, aber ich glaub das hätte nur zu mehr Verwirrung geführt. Aber es hätte uns belustigt. Es hätte auch nicht belustigt, das ist allerdings wahr. Gut, nächstes Mal mache ich ne Stripperin. Ja. Also, das ist... Oh, warte mal. Äh... Das glaubt man anders, ne? Ja. Warte, was ist... Ähm... Ähm... Ah! Haha! Haha! Was? Ja! Äh... Das ist nicht schlecht! Außerhalb der Box denken! Outside the Box! Precedent? Nope! Sniper! Ahhhh... Du hättest J... Jfk malen müssen. Dann hätt ich nur Jfk... Ich hätt ein YYFAKYNIPSHOT hinschreiben können! Ja. Das ist einfach... X, X, Sniper, Elite, X, X... Okay, ich mach's dann auch mal out of the Box. Nein, du... Wir machen jetzt... Können wir nicht mal in der Box bleiben? Ja, das find ich aber auch. Weißt du? Der Olli, der darf ab und zu mal outside the Box, aber... Nico? Immer außerhalb der Box, deswegen ist es... Äh... Warte, es muss... Nein... 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 Fast... Ja... Ja... Äh... Olli, es ist... Nein... 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 Das ist wirklich außerhalb der Box! Snake! Ah, okay! Ey, Bitch, please! Das ist ein bisschen arg außerhalb der Box! Warum? Das ist wirklich außerhalb der Box! Kevin... Zumal das Ding ist rot und nicht grün! Wirklich? Ja! Nein, das ist im ersten Teil grün! Nein! Da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das grün ist! Kevin, es ist grün! Äh... Ich glaube nicht! Dude! Smiley! Oh! 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 Ähm... Okay... Twist! Ähm... 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 Double... Was ist das? Wie heißt der Berg? Golgatha? Ne, das ist zu lang! Ähm... Ah... Hast du aber ein bisschen äh... Ausgeholt dafür! Ja, man... Wir denken ja jetzt außerhalb der Box! Also ich nicht! Na gut, ich auch nicht! Das war eigentlich nur fancy! So einsam auf... Noch einen schönen Mond in den Hintergrund gemacht! Ja! Man hätt's sehen können, aber es war wirklich ein bisschen... Fancy! Ach komm, wir können das nur nicht mehr machen! Ne, ne, ist ja okay! Das ist einfach immer das gleiche, man! Ihr könnt einfach nicht mit nem Swag mithalten! Gefangen in eurer Un-Swag-Yolo-mäßigkeit! Äh... 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 Bitte sag mir, das ist äh... Äh... Ah! Easy! Easy peasy! Lemon squeezy! Das ist aber ein kaputter... Das ist aber ein kaputter Kompass, ne? Ja, das müssen wir jetzt auch mal... Und wer hat... Zweite Mal! Da muss man... Das stimmt doch nichts! Stay okay! Okay! Ja, das ist dein erstes richtiges Sieg! Davor hatten wir gleich viele Punkte! No one trees! Aber, Olli, also ganz kurz, wenn dein Kompass dahin zeigt, dann ist er falsch! Dann zeig dich mal wieder, wer hier am besten ist! Wenn du dich gebackenst! Einfach nur eindeutig am besten! Ne, Olli, erst mal ruhig! Jetzt bewundern wir meine unglaublichen Fähigkeiten! Ne, machen wir nicht! Ich hab die Aufnahme doch schon links beendet, Baumi! Ach, schade! 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 Schade!